Hi Leute, ich bin's, Paya und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode der wundervollen Paya News. Im Format, wo ihr alles über mein Leben erfährt, sollte es YouTube sein oder privat willkommen zurück oder willkommen neu dazu. Nun gut, in letzter Woche sind einige Sachen passiert, aber dazu kommen wir gleich, denn wir müssen erstmal über eine andere Sache reden. Natürlich das Thema des Titels und zwar Zeitdruck. Was soll ich sagen, holy moly, dieser Zeitdruck ist einfach unnormal, den ich gerade momentan habe. Denn ich habe irgendwie Zeitdruck, ich glaube es liegt auch irgendwo an mir, aber ich komme mit nichts momentan hinterher. Das ist so ein kleines Problem, was ich habe. Ich frage mich, ich habe gerade mal zwei Wochen Schule und habe noch nicht mal die Klausurenphase. Also ich frage mich, wie es im November werden wird, wo ich, soweit ich weiß, jetzt doch nicht acht Arbeiten schreibe, sondern neun Arbeiten. Geil! Und das könnte halt wirklich etwas problematisch werden, aber come on, das packt mir. Auf jeden Fall habe ich momentan einen kleinen Zeitdruck, weswegen Sachen wie das Abo-Special oder das neue Let's Play Ghost of Tsushima darunter leiden könnten. Und etwas länger brauchen, bis ich alles vorbereitet habe. Auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, für das Abo-Special habe ich die erste Hälfte aufgenommen. Also ich habe sie schon lange aufgenommen, aber ich habe es endlich geschafft, alles auf meinen Laptop rüber zu bekommen. Mein Handy hatte einfach keinen Speicherplatz. Ich habe jetzt genug freigemacht und die zweite Hälfte wird bald aufgenommen. Und ja, das könnte wirklich ziemlich nice werden, wenn es endlich mal fertig wird. Aber wie gesagt, momentan, wegen dem ganzen Zeitdruck, kann es doch noch drei Wochen dauern. Ich sage das schon seit zwei Monaten, gefühlt. Aber in weiteren drei Wochen wird es vielleicht fertig sein. Also in drei Wochen will ich wenigstens das neue Stream Let's Play starten, okay? Nun gut, das ist so, was den Titel beschreibt. Okay, nun letzte Woche kam eine wundervolle Paya-News und was soll ich sagen? Die kam unnormal krass an, fast 50 Aufrufe aus irgendwelchen Gründen auch immer. Also diese Paya-News-Folgen haben immer so 47 bis 50 Aufrufe. Dann kam am Tag danach das Ende von The Legend of Zelda A Link to the Past. Ich hatte ja auch schon angekündigt, dass ich das Let's Play nicht einfach so beenden will. Und habe deswegen dieses wundervolle Secret Ending, schlimmes Ending, bad Ending für das Game gemacht. Und das Feedback war auch gut, 36 Aufrufe. Und ihr fandet es witzig. Schön, dass ihr meinen komischen Humor feiert. Ich feiere ihn auch. Ansonsten wäre es ja nicht mein Humor. Auf jeden Fall kam dann am Mittwoch oder sogar noch am Dienstag. Nein, sogar am Mittwoch. Am Mittwoch kamen zwei Streams. Erstens eine Nintendo Direct Mini Reaction. Und meine Meinung findet ihr auch dort in dem wundervollen Stream. Und dann kam ein Jubiläum. Denn unser Kanal ist vier Monate alt geworden. Und dann haben wir auch etwas Kahoot und Scribble gespielt. Leider musste ich den Kahoot-Teil rausnehmen. Weil dort private Informationen aus Versehen veröffentlicht worden sind meinerseits. Tut mir leid dafür. Aber der Scribble-Teil ist noch online. Und was soll ich sagen? Der Stream hat 142 Aufrufe. Bruder muss los. Und ja, es waren viele da. Auch ein paar Troller. Kuss geht raus an diesem Typ, der die ganzen Kahoot-Bots gemacht hat. Aber dieser Kek konnte kein Deutsch. Denn ihr müsst wissen, der hat so die Zahlen abgelesen und Bots gemacht, um es zu trollen. Und dann habe ich die Zahlen weggemacht und auf Deutsch vorgelesen. Der Typ konnte kein Deutsch. Ich habe ihn hops genommen. Und der schreibt ja noch so im Chat rein. Heißt es diese Zahl? Ist so. Bäh. Du bist lost. Ich habe es deine Ehre genommen. Auf jeden Fall kam dann am Freitag die Ankerdung für das neue Let's Play. 56 Aufrufe sprechen für sich selber. Und ihr scheint es zu mögen. 21 Likes. Danke. Und 24 Kommentare. Danke. Auf jeden Fall schon nochmal krass, wie gut es angekommen ist. Ich bin froh, dass ihr es aufgenommen habt. Also gut aufgenommen habt, dass Ghost of Tsushima als Stream-Let's Play kommt. Und wie gesagt, ich habe schon einen Teil vorbereitet. Und zwar das Thumbnail-Design. Das ist noch nicht komplett fertig. Aber ich habe so ein grobes Design. Ich bin zwar nicht 100% zufrieden und muss einige Sachen ändern. Aber ich weiß nicht, was ich ändern muss. Das fällt mir wirklich sehr schwer. Deswegen muss ich mal auf Instagram mal irgendwann eine Umfrage machen, wenn ich komplett fertig bin. Damit ich auch so Verbesserungsvorschläge und so weiter bekommen kann. Nun, auf jeden Fall kam diese Ankündigung. Und die war auch anders krass beliebt. Also die wurde gefeiert. Danke dafür. Das freut mich. Ich liebe Ghost of Tsushima. Deswegen freut es mich, dass ich das Let's Playen kann. Und es anscheinend gut ankommen wird. Vermutlich. Hoffentlich. Und dann kamen am Samstag zwei Streams. Und beide. Einer erfolgreicher als der andere. Der erste mit 70 aufrufen. Und der andere mit 113. Ey, das ist so unnormal. Und dann noch am selben Tag vier Abonnenten, die dazugekommen sind. Kuss geht raus an jeden Einzelnen. Leider konnte ich im Stream nicht Danke sagen, weil Alert und so hat gespackt. Also ich hab den nicht gehört. Daher. Ich weiß, zumindest einer hat abonniert. Und ich kenne seinen, also zwei. Unter anderem, bitte helfen Sie mir. Und Martin. Vielen, vielen Dank. Möchte ich hier nochmal erwähnen, weil ich es im Stream nicht machen konnte. Ehre. Und zwei andere, dessen Namen ich leider nicht kenne, weil die wahrscheinlich nichts im Chat geschrieben haben und so. Trotzdem, maximale Ehre. Vielen, vielen Dank für den Support. Und fürs Abonnieren. Nun. Wir haben dann versucht, die Map zu beenden. Aber es gab so viele Probleme mit Photoshop on Stream. Aber wir konnten die fixen. Und ich habe jetzt Photoshop komplett gefixt. Ich hatte ja auch am Sonntag Probleme, wodurch Pokémon hat Go ziemlich spät gekommen. ist wegen Photoshop, weil Photoshop so ein paar Probleme gemacht hat. Aber ich bin Masterlöser. Ich weiß, wie man Probleme löst. Ich habe Photoshop so ein paar Bam Bam, zack zack genommen. Und Photoshop so, okay, okay, ich funktioniere schon wieder. Bitte auf. Und easy. Wir werden wahrscheinlich keine Probleme mit Photoshop haben. Also fürs Erste natürlich. Und dann kam am Samstagabend, also noch ein Community-Stream mit Fall Guys. Der kam auch anders krass an. Und ich bin froh, dass die, also es kamen auch einige, also viele neue deswegen dazu. Und auch die Leute, die halt sonst die Videos und so weiter schauen. Also die etwas ältere, traditionellen Zuschauer. Auch wenn es einige gab, die Fall Guys nicht mögen, haben die es sich trotzdem angeschaut. Kuss geht raus, danke. Das ist mir positiv im Kopf geblieben. Und dann kam noch am Sonntag eine letzte Folge, also keine letzte Folge natürlich. Eine weitere Folge von Pokémon Hard Gold, der auch ziemlich gut angekommen ist. Also auch durchschnitt bis überdurchschnittlich. Und Hard Gold ist back in the game. Dort haben wir gegen Hoho gekämpft. Und ja, ich persönlich muss sagen, ich finde, das ist der schlechteste Part. Aber vom Feedback her, habt ihr alle gesagt, das wäre mit Abstand vom Editing her der beste Part. Ich so, hä, wie kann das sein? Ich war so unzufrieden. Ich habe es dreimal vom Neuen geschnitten. Aber ich weiß, woran es lag. Mein Commentary war wirklich kacke. Ich konnte es wahrscheinlich durch die Edits etwas retten. Aber anscheinend war es der beliebteste Part ever. Freut mich. Ich meine, wenn es beliebt ist und ihr es mögt, passt. Und das war es eigentlich so, was so letzte Woche passiert ist. Was ist so privat bei mir passiert, fragen sich jetzt so einige. Ich bin weiter ins Schule gegangen, habe weiterhin festgestellt, dass ich nicht hätte Mathe wählen sollen, weil ich in Mathe einfach ein Spaß bin und los bin. Ich sage nur, 4 mal 4 sind 20. Kappa. Ich meine es ernst. Das habe ich wirklich gedacht. Oder auch, dass ich sehr schlecht darin bin, Termen zu vereinfachen. Das muss ich wirklich üben bis nächste Woche. Und ansonsten ist in der Schule auch nichts groß passiert, außer, dass ich nächste Woche einen Test schreibe und noch eine Präsentation mache. Aber keine Sorge. Und noch richtig viele Hausaufgaben. Aber keine Sorge, ich werde heute durchhusteln. Also an dem Tag, wo dieser Part kommt, wird durchgehustelt. Also so anders durchgehustelt. Dann wird YouTube nicht vernachlässigt. Also es kann sein, dass vielleicht etwas ausfällt. Aber ich versuche mein Bestes zu geben. Versprochen. Nun, ansonsten ist privat, hatte ich wieder Karate-Training, hat unnormal viel Spaß gemacht. Und ich habe angefangen zu Hause wieder zu trainieren. Oder etwas mich sportlich zu betätigen. Und es lohnt sich wirklich. Ich bin mehr in Form. Aber ich habe momentan auch so ein Problem. Ich bin einfach immer, egal was ich tue, nach der Schule bin ich müde und tot. Also wortwörtlich tot und ich kann mich nicht mehr bewegen, nichts mehr machen. Außer am Ende des Tages nochmal kurz Sport zu machen. Mehr kann ich nicht. Liegt es vielleicht an Corona? Also halt daran, dass ich, ähm, dass ich halt 8 Monate gefühlt nicht für die, also 8 Monate mein Gehirn sterben lassen habe. Und kaum was gemacht habe zum Thema Schule. Und wenig gearbeitet habe. Oder relativ wenig. Ich habe noch gearbeitet wegen YouTube. Aber halt auf schulische Art und Weise. Dass ich deswegen noch zu K.O. bin und zu schwach bin. Und deswegen immer müde bin. Also das ist mir eine Vermutung. Oder es wird wieder kalt. Denn ihr müsst wissen, immer wenn es kalt wird, werde ich immer schlechter in der Schule. Schlechter in allem, was ich tue. Und ich gehe in so eine Art Winterschlaf. Ich kann kaum noch denken. Und ich will einfach nur schlafen. Es ist immer so. Im Sommer kann ich so viel arbeiten. Ich bin kreativ, produktiv. Aber im Winter bin ich einfach unproduktiv und faul. Das ändert sich immer. Deswegen ist mein Zeugnis vom ersten Halbjahr immer tausendmal. Okay, tausendmal übertrieben. So zehnmal schlechter gefühlt. Also gefühlt. Als meins vom zweiten Halbjahr. Ich weiß nicht, woran das liegt. Deswegen kann es sein, dass ich aus Faulheit vielleicht mal etwas vergessen sollte. Aber bitte vergebt mir dahin. Deswegen. Und was ist sonst noch, was ich sonst noch so für diese Woche vorhabe? Ich habe so zur Abstimmung gestellt, was ihr haben wollt. Entweder Fallgeist streamen am Mittwoch oder Project Dark. Aber ihr wolltet alle Fallgeist. Das freut mich. Ich habe gerade unnormal Bock auf Fallgeist. Das Spiel gefällt mir sehr. Deswegen werden wir Fallgeist streamen. Und Project Dark wird saved am Samstag kommen. Und dann wird auch wieder Smash kommen. Denn das ist ja auch ziemlich beliebt auf diesem Kanal. Und Pokémon natürlich. Daher wird morgen. Oh stimmt. Ja am Dienstag. Weil ich gestern verkackt habe diesen Part aufzunehmen. Wegen zu wenig Zeit. Lol. Am Dienstag. Also heute kommt die Pire News. Morgen. Also am Mittwoch. Kommt. Ein wundervoller Stream von Fallgeist. Dann wird am Donnerstag nichts kommen. Weil Donnerstag halt Donnerstag ist. Oder Donut ist. Weswegen nichts kommt. Haha. Ich bin so witzig. Lol. Am Freitag kommt Pokémon hat Gold. Ich werde den Part morgen schneiden. Am Samstag werden wieder zwei Streams kommen. Außer. Äh. Ich werde krank oder sowas. Was ich nachvollziehen kann. Denn in der Schule ist es momentan so kalt. Wegen diesen offenen Fenstern. Oh. Ist unnormal. Es wäre krass wenn ich nicht krank werden würde. Auf jeden Fall. Am Samstag kommt dann Project Dark. Dort beenden wir die Map zu 100%. Versprochen. Ich versuche es zumindest. Ich sollte nichts versprechen. Dann am Freitag kommt noch ein. Am Samstag kommt dann noch am Abend ein weiterer Community Stream mit Smash und Pokémon. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Weil ich auf die beiden Games Bock habe. Und dir darauf Bock habt. Und am Sonntag kommt dann Pokémon hat Gold. Dann versuche ich bis nächste Woche Ghost of Tsushima vorzubereiten. Es kann sein dass es nicht geht. Aber es wäre geil wenn es gehen würde. Daher müssen wir etwas abwarten und schauen. Äh. Wie krass ist diese Woche Hustle. Also ich versuche mir. Ich versuche es irgendwie zu machen. Also bitte vergebt mir. Wenn nicht alles nach Plan läuft. Aber ich werde mein Bestes geben. Und ich glaube damit sollte ich auch diesen Part beenden. Bevor er wieder so lang wird. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Und. Ciao. 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 Ciao.